Musik Ich habe eine Idee, auf meinen Bogen mache ich Kitty Cannon, dann schieße ich jemanden auf und da auf, Julian, dann schieße ich eine, ähm, eine, ähm, Kitty Cannon ab und dann kriegst du auch Fire Damage. Weißt du, wie cool das dann wird? Äh, man kann nicht mit Rechtsklick schleudern, man mit dem Bogen schießt man ja mit Rechtsklick. Warte, Slash, Kitty Cannon. So. Egal, jetzt habe ich das auf meinem Schnee. Wie kann man das? Aber nachher im Jump, man muss das wieder wegmachen, ne? Wenn du wieder weiterspringst. Nö. Doch, klar. Wie kann man Sachen denn wieder wegmachen? Einfach wieder mit Slash Power Tool. Und ist alles davon re-moved? Nein, einfach Power Tool und dann ist alles re-moved. Das ist echt Power Tool. Da steht auch Old, 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 Old. Ah, cool. Das finde ich super. Das schreibe ich mir jetzt auch. Schreibe mir alle Befehle, die ich nicht merken kann oder die neu sind, schreibe ich die auch neben auf meinem Blatt. Ich nehme übrigens wieder auf, ne? Komm. Ich weiß. Das schaffst du. Okay, jetzt habe ich das auf meinem Boden gemacht. Das ist viel geiler. Wo bist du überhaupt? Ach, da hinten. Ja. Leute, da war gerade bei mir eine rote Katze. Leute. Ach, ist rot? Hm? Rot. Ja, schon wieder. Ach so, ich schlag die dann und deswegen ist die rot. Ja, ja. Ich dachte, ich bin da nicht mehr schlafen. Achtung. Leute, verbraucht man damit das Schwert? Oh, scheiße. Alter, das lässt du auf allen. Ich glaube, davon kriege ich Schaden, oder? Ich glaube, davon kriege ich Schaden. Oh, oh. Lol. Ja, ich kriege davon Schaden. Lol, Alter. Ich kriege davon Schaden. Alter, ich bin gerade auf einem... Scheiße. Lol. Ich mag das die ganze Zeit, von oben kommt nichts. Ja. Gut. Egal, ich lege das auch auf... Ich lege das auf mein Schwert. Warte, wenn ich schlage, dann habe ich... Slash Nuke. Das ist geil. Nachher wegmachen, ne? Ja, ja, ich weiß. Slash... Ich mach's... Die TF, Julian, ich hab das jetzt gemacht. Oh, Julian, warte. Weißt du, wie... Äh, weißt du, wie viel ich gerade schlage? Warte. Weißt du, was voll geil ist gerade irgendwie? Weißt du, wie viel es gerade leckt? Warte, Gott, Gott. Ich mach die Katzen, ich mach die Katzen, ich mach die Katzen, ich mach die Katzen. Lol. Alter, Alter, ich bin tot. Lol. Alter, wette, meine ganzen Sachen sind weg? Nein, die liegen noch alle hier. Alter, der Server leckt gerade, ne? Lass das mal mit dem Slash Nuke. Ja, ich weiß. Ich mach's... Ich mach lieber Slash Power Torch. Warte. Julian, unten liegen deine Sachen. Und oben. Hä? Und mal nach unten. Und über dir. Hä? Wie kann hier... Hier liegt noch was. Das kann ich aber nicht aufsammeln. Warte, ich werf die Sachen einfach runter. Nein. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Julian, guck mal. Geh nach unten, da sind alle deine Sachen. Lol, das stimmt. Hat sie jetzt gerade runtergerufen. Die hängen aber nicht alle meine Sachen. Oder? Hä? Nee, da fehlt... Da fehlt der Kopf. Mal nach unten. Lauf. Ey, Alter. Lauf, Lauf. Oh, ich hab doch was losgeschlagen. Ey, Sekunde. Dann ist der vielleicht weggekommen, oder? Mein Kopf ist weg. Alter, hör mal damit auf. Oh, ehrlich? Ich brauch meinen Helm. Bitte. Ich brauch einen Helm. Ich brauch meinen Helm. Wo ist mein Helm? Warte, guck mal, ich geb dir meinen. Äh, mit... Was hast du denn? Normal? Mit... Nein, mit... Äh, Dingens. Mit Federfall? Ja, Federfall. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ja, hatte ich. Nur mit Federfall. Äh, dann... Äh, ich mach den kurz neu. Was ist das? Leute, ich hab grad voll den... Dings... Wark... Blöp. Äh, das und... Federfall. Dir Helm und Federfall, ne? Ja. Leg die einfach in meinem Inventar an. Die kannst du gar nicht. Von keiner, ne? Oh, das kann keiner. Warte, hier, guck mal, da liegt er. Oh, Mann. Steig auf deinem Weg, deswegen. Moins. Ah. Moins, Zola. Aliinin. Katzenschlag. Das ist... Das ist viel besser. Alter. Patzenschlag. Juli, guck mal nach oben, jetzt kommt der 20 von diesen Teilen runter, ne? Ne? Bitte lass es mit zuigen. Wieso kommt das denn? Das tötet mich. Alter, es tötet mich. ich die Lüttel bitte dass er doch mit der Ballett dann zweitens tötet mich das und erstens die kommen ja ich nein nicht machen alter ja auch fast so die Ex-Bedien hier oben sind sie die Lüttel die Lüttel ein Teil der Katze er hat sich versagt von einem Weg ach weil ich ihn muss gescheitert den Rattenstabler verheiratet wird so gesprungen es ist nur ein Wollastag mal ehrlich nach wie ein war cool von Rudi Lanzbohnen ich hab die Lieblingsliebungen älterer wird auch gar nicht mal verantwortlich er ist auch es ist überhaupt nicht lustig